Friseursalon Lawitzke gehört seit mehr als 30 Jahren in das Bild von Wusterhusen und Lubmin. Seit mehr als 10 Jahren sind wir mit unserem Salon im Spandauer Hagener Weg für unsere Kunden da und zeigen mit unseren Ideen und viel Kreativität, dass Haare mehr als nur eine Kopfbedeckung sind. Ob ein Haarschnitt, eine neue Haarfarbe, Dauerwelle, Haarverlängerung, schöne Locken, Hochsteckfrisuren, Haare glätten oder ein leichtes Make-up. Dieses und vieles mehr erhält man bei uns nach einer abgestimmten Beratung. Sie benötigen Haarsatz? Dann sind Sie bei uns genau richtig. Optional ohne Zuzahlung bei Übernahme der Perücke durch Ihre Krankenkasse auf Rezept. Schauen Sie auch gerne spontan und ohne Terminvereinbarung bei uns vorbei. Das junge, dynamische und stets gut gelaunte Team von Friseursalon Lawitzke freut sich auf Ihren Besuch. Ich bin einfach noch mal informiert. Im Moment.